Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 33 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des Abendlandes im 18. und 19. Jahrhundert. Heute soll es gehen um romantische Liebe, Ideal und Wirklichkeit. Ich habe versucht zu zeigen in dieser vierten Season, wie das Modell romantische Liebe im späten 18. Jahrhundert aufkommt und sich dann im frühen 19. Jahrhundert durchsetzt. Und zwar in den bürgerlich-industriellen Gesellschaften Europas. Und dass diese romantische Liebe beruht auf dem Gedanken, dass es zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau, die im Akt der Liebe, auch im Geschlechtsakt der Liebe, zu einer Einheit verschmelzen, einer Einheit, die ursprünglich einmal da war, die dann verloren gegangen ist und die sie eben in ihrer Liebe wieder erlangen. Das ist das Paradies auf Erden, das ist ein himmlisches Gefühl. Wir haben gesehen, dass im Hintergrund dieses Gedankens ein neues Modell steht, was man das Entwicklungsdenken nennen kann. Und es geht davon aus, dass sich die Welt und das Geschehen im Laufe der Zeit verändert. Das ist ein neues Verständnis von Zeitlichkeit. Wie gesagt, am Anfang war eine Einheit, die im Laufe der Zeit verloren geht und sich in Zweiheit, in Vielfalt auflöst. Und zu dieser Vielfalt gehören eben auch die zwei Geschlechter. Erkenntnistheoretisch war dieser Gedanke auch verbunden mit dem Verlust von Wahrheit. Die absolute Wahrheit, die die Barocke und Zeit und das Rokoko noch zu erkennen glaubten, die geht verloren. Kant hat das so formuliert, das Ding an Sicht ist menschlich nicht erkennbar. Das Wesen der Welt ist für den Menschen nicht erkennbar. Jenseits menschlicher Erkenntnis, jenseits menschlicher Logik, vollzieht sich die Wahrheit, die Wirklichkeit. Nur noch als Idee der Menschen ist sie denkbar. Das hat zu dem geführt, was man den deutschen Idealismus nennt. Und das bedeutete, jegliche Erkenntnis über die Welt war menschlich subjektiv. Es gab keine objektive Erkenntnis mehr. Was wahr ist, wirklich ist, das war verloren gegangen. Und diese neue Subjektivität hatte sich eben auch in einem neuen Liebesmodell offenbart. Man verabschiedete die Konvenienzehe und ging über zur Liebesheirat. Und diese neue Form der Liebe, die romantische Liebe, wurde nun zum bevorzugten Thema der Literatur der Zeit. Gleichzeitig entstand in dieser Gesellschaft ein neuartiges bürgerliches Lesepublikum. Es entstanden neue Medien, wie zum Beispiel auch Zeitungen, Journale und eine neue Vielfalt von Romanen, die vor allem bei den Frauen große Begeisterung hervorriefen. Liebesromane, das lasen die Frauen der Zeit um 1800 und dann auch im 19. Jahrhundert leidenschaftlich gern. Um 1820, 30 herum entwickelte sich dieses Entwicklungsmodell, das Denken in Zeitlichkeit, weiter zum sogenannten Fortschrittsdenken. Und dieses Fortschrittsdenken ist gekennzeichnet durch die Rückgewinnung der Wahrheit. Sehr schön hat das Hegel klargemacht in seiner Antrittsrede als Professor an der Universität in Berlin. Man hat das dann den sogenannten objektiven Idealismus genannt. Für ihn und für die Menschen des zweiten Hälften des 19. Jahrhunderts war das Wesen der Welt erkennbar. Wahrheit und Wirklichkeit, die realistische Einschätzung der Welt war möglich. Ein Gedanke, der eben auch noch stark befördert wurde durch die Erfolge, die die Naturwissenschaften und Technik in Europa hervorbrachten. Hegel unterschied nun eben und das ist eine Unterscheidung, die ganz wichtig geworden ist für das 19. Jahrhundert, aber auch weit ins 20. Jahrhundert hinein. Unterschied zwischen subjektiver Erkenntnismöglichkeit und objektiver Wahrheit. Der Weltgeist, das war die objektive Entwicklung. Und davon musste man unterscheiden die subjektiven Erkenntnismöglichkeiten der Menschen, die zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Region lebten und die zum Beispiel bestimmte Ideale hatten, die sie anstrebten. Von nun an musste man unterscheiden zwischen objektiver Wirklichkeit und subjektiven Idealen. Ideal und Wirklichkeit waren zum Gegensatzpaar geworden. Fassen wir das nochmal ganz kurz und knapp sozusagen in zwei, drei Sätzen zusammen. Um 1800 war das Ideal die einzig mögliche Form der Erkenntnis und der Beschreibbarkeit von Wirklichkeit. Um 1820 war das Ideal nicht mehr realistisch, sondern rein subjektiv. Es entsprach nicht dem objektiven Gang der Weltgeschichte. Das Ideal war zur Illusion vorkommen. Und genau das beschreibt nun eben auch die Literatur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wenn sie zum Beispiel auf die romantische Liebe zu sprechen kommt. Die romantische Liebe wird zur Illusion. Romantiker, das werden Illusionisten, Träumer, die sich aus der Welt, aus der Wirklichkeit zurückziehen, im Elfenbeinturm leben und die nicht mehr einen Rückhalt haben in der Wirklichkeit, die sie umgibt. Das Paradebeispiel, eines der berühmtesten Beispiele für so eine Romantikerin ist Madame Bovary geworden. Und auf diesen Roman möchte ich nun im Folgenden ausführlich eingehen. Der Roman stammt von dem französischen Autor Gustave Flaubert. Gustave Flaubert ist geboren am 12. Dezember 1821 in Rouen, in der Normandie, und am 8. Mai 1880 in der Normandie, auch gestorben, in Comte-Leu. Sein Vater war Arzt. Flaubert hat von Jugend an geschrieben, hat dann ein Juhastudium angefangen, ist abgebrochen wegen eines epileptischen Anfalls. Er war wohl immer verliebt in etwas ältere Frauen. Seine erste Liebe war elf Jahre älter, seine zweite große Liebe zehn Jahre älter. Er hat eine große Reise gemacht in den Vorderen Orient, vor allem Ägypten, hat eine wichtige Rolle dann in seinen Gedanken gespielt und schleppte nach dieser Reise dann bei seiner verwitterten Mutter in der Nähe von Rouen. Gelegentlich ist er nach Paris gefahren, um seine Geliebte zu besuchen und eben teilzunehmen am pulsierenden Leben von Paris. Diese Geliebte war eine spätromantische Schriftstellerin namens Louise Collet. Sie hat Lyrik geschrieben und Flaubert hat immer wieder ihre schriftstellerischen Arbeiten korrigiert und kritisiert. Er selbst war ursprünglich auch ein Romantiker gewesen, der aber dann zunehmend eben auch diese Romantik als Illusion ansah und mit ihr sozusagen brach und zu einem neuen Schreibstil fand. Es kam zum Bruch zwischen Collet und ihm, als er das Buch herausbrachte, Madame Bovary. Sie fühlte sich in diesem Buch porträtiert und es kann sein, dass das auch stimmt. 1856 kommt nun Madame Bovary im Feuilleton des Revues de Paris heraus. Das ist sein erstes getrücktes Werk. Wegen dieses Romans wird ihm sofort ein Prozess gemacht, wegen Verstoßes gegen die guten Sitten. Er wird freigesprochen, 1857. Der Roman kommt im selben Jahr als Buch heraus und wird auch aufgrund des Prozesses ein Riesenerfolg, ein großer Verkaufserfolg und Flaubert wird berühmt. Mit diesem Roman kommt eine neue Art zu schreiben auf, nämlich das, was man Realismus nennt. Er selbst hat sich nie als einen realistischen Schriftsteller bezeichnen wollen, aber es ist eben eine neue Form von Schreibe, die man nicht zu Unrecht realistisch nennen kann. Das erste Moment dieses neuen Realismus ist, die Heldin ist eine Durchschnittsfrau. Sie ist sehr hübsch, aber sie ist keine Heroin. Sie ist weder besonders begabt, sie ist auch keine tragische Heldin, sondern sie ist eine normale Durchschnittsperson, sowohl im Guten wie im Schlechten. Zweites realistisches Moment. Dieser Roman wird in einer Zeitschrift veröffentlicht, also in einem Medium, was doch auch über tatsächliche Begebenheiten in der Welt berichten will. Zeitungen, Zeitschriften haben etwas Dokumentarisches, es sind eben keine fiktiven Romane. Und das zeigt schon, wie nun eben es zu einer neuen Nuance von Fiktionalität kommt, die durchaus etwas Bezug nimmt auf das, was man Realität nennt. Das dritte Moment ist, Madame Bovary bezieht sich tatsächlich auf eine historische Person. Flaubert hat in einem Zeitungsbericht aus dem Journal de Rouen von 1848 von dem Suizid einer Arztgattin gelesen, namens Delphine de la Mer, die in Rie bei Rouen gelebt hat, verheiratet war mit einem Dorfarzt, eine Leidenschaft für romantische Romane hatte, zwei Liebschaften einging, Schulden machte und schließlich nicht mehr weiter wusste und Suizid begangen hat. Und genau das ist dann auch der Inhalt seines Romans, an dem er sehr, sehr lange geschrieben hat. Die Heldin oder eigentlich die Nicht-Heldin dieses Romans ist Emma. Emma ist verheiratet mit Charles Bovary, einem Landarzt, einem braven Biedermann, treu, langweilig, nicht besonders begabt. Und Emma beginnt sich sehr, sehr schnell in der Provinz, in der beide leben, zu langweilen. Das Dorfleben mit seinen Bewohnern interessiert sie nicht. Sie wird depressiv, selbst nach der Geburt einer Tochter namens Bert, für die sie sich nicht besonders interessiert, bleibt sie gelangweilt, weiß nichts mit ihrem Leben anzufangen. Sie ziehen um, ihr zuliebe in eine andere Kleinstadt, nach Yonville, und befreunden sich dort mit zum Beispiel dem Apotheker Ome. Und dieser Apotheker wird nun sozusagen zum geistigen Gegenspieler für Emma, denn er ist ein Aufs-Geld-Erpichter, Materialist, ohne Ideale, ein nüchterner, das was man Realisten nennt, aber eben ein furchtbarer Mensch. Bei Ome lebt auch der Jurastudent Leon und zwischen Leon und Emma entspannt sich so eine kleine, entspannt sich so eine kleine Liebesgeschichte, die aber noch erstmal nicht durchbricht. Emma entwickelt einen Hang zu Luxus, schönen Kleidern zum Beispiel, und nachdem sie auch mit ihrem Mann zu einem Ball eingeladen wird und dort die große Gesellschaft kennenlernt, entwickelt sie immer einen größeren Hang zu einer Sehnsucht nach einer Welt, die eben nicht die ihre ist. Sie lernt einen Grundbesitzer namens Rudolf kennen und geht mit ihm eine Affäre ein, macht im Laufe dieser Affäre immer größere Schulden, plant mit Rudolf zu fliehen, wird aber in letzter Minute von ihm verlassen und gerät in eine große, große Depression. Um sie aufzuheitern, besucht ihr Mann mit ihr das Theater in Rouen und zufällig treffen sie dort wieder auf den Jurastudenten Leon. Nun geht Emma eine Affäre mit Leon ein, verstrickt sich in immer größeren Lügen, in einem immer größeren Schuldenberg und weiß schließlich keinen Ausweg mehr als Selbstmord zu begehen. Sie nimmt Ersehen, dass sie sich über den Apotheker um ihn heimlich besorgt und stirbt eines grausamen Todes. Nach dem Tod findet ihr Mann, Charles, erst heraus, was für einen immensen Schuldenberg sie angehäuft hat. Er findet Briefe, Liebesbriefe von Leon und Rudolf und seine Welt bricht zusammen. Er verzweifelt. Die Tochter Bert wird zur Großmutter gegeben, danach zu einer Tante und schließlich landet diese Tochter als Arbeiterin in einer Baumwollspinnerei. Also die ganze Familie geht zugrunde. Aufgrund dieser Madame Bovary, dieser Emma, die ihr ganzes Leben nach Idealen ausgerichtet hat, die eben nicht realistisch waren. Flaubert schildert eindrücklich das Leben auf dem Lande, in der französischen Provinz, das abgeschnitten ist vom eigentlichen pulsierenden Leben der Großstadt, der Hauptstadt Paris, das sich in Langeweile, Spießigkeit, materialistischem Denken offenbart. Eine Welt ohne Ideale, verkörpert hervorragend von dem Apotheker Omet. Madame Bovary verkümmert in dieser Welt und Flaubert hat durchaus Sympathien mit dieser Person, wie sich in seiner Erzählhaltung offenbaren wird. Wie schildert er Madame Bovary? Madame Bovary ist schon als junges Mädchen eine große Romantikerin. Sie liebt die romantische Liebesliteratur, die sie schon als junges Mädchen kennenlernt. Und ich lese Ihnen einen kleinen Abschnitt vor, in dem das deutlich wird. Sie wächst auf in einem Nonnenkloster und kommen da schon in Berührung mit der romantischen Liebesliteratur. Da gab es nichts als Liebesabenteuer, Liebhaber und Liebhaberinnen verfolgte Damen, die in einsamen Pavillons ohnmächtig, Postillonde, die bei jedem Halt ermordet wurden, Pferde, die man auf jeder Seite zu Schanden ritt, finstere Wälder, Herzensqualen, Schwüre, Schluchzen, Weinen und Küssen, Nachen im Mondschein, Nachtigallen in den Büschen, Herren, die wie die Löwen tapfer und sanft wie die Lämmer waren, unmöglich, tugendhaft, immer schön angezogen und rührselig wie Tränenurnen. Sechs Monate lang beschmutzte sich die 15-jährige Emma ihre Hände mit dem Staub der alten Bibliothek. Als sie später Walter Scott kennenlernte, berauschte sie sich an allen möglichen historischen Gegenständen, träumte sie von Truhen, Waffenseelen, Minnesängern. Sie hätte in einem alten Herrenhaus leben mögen, wie diese Schlossherren in langer Schneppenteilje, die den Ellbogen auf den Stein gestützt und das Kinn in der Hand, ihre Tage unter dem Kleeblattkreuz der Spitzbögen damit verbrachten, dass sie aus dem Hintergrund der Landschaft einen Reiter mit weißer Feder auf einem schwarzen Pferd herangaloppieren sah. Wie gesagt, diese Literatur verdreht ihr das Hirn und macht sie aber auch eben empfänglich für etwas, was schön ist, was ideal ist, was der Wirklichkeit um sie herum absolut nicht entspricht. Ihre Ideale sind pure Illusionen, purer Träumereien einer Romantikerin, die sich aus der Realität zurückzieht. Emma muss scheitern. Sie kann gar nicht anders als scheitern. Ihr Lebensentwurf, was ist nicht realistisch und sie wird dann nun auch sehr schnell verführt von einem Lebemann, von Rudolf. Und ich lese Ihnen diese Stelle vor, wo es zu einer ersten Szene kommt, der Verführung, die ich einfach großartig geschrieben finde. Rudolf ist in ihr Kleinstadt gekommen und es gibt nun ein großes Fest auf dem Marktplatz. Und Rudolf hat es geschafft, mit Emma, die sehr, sehr hübsch ist und die er begehrt, allein in einem Saal verbringen zu können. Und nun flüstert er ihr ins Ohr sozusagen die Illusionen einer romantischen Welt, während unten auf dem Marktplatz der Redner das Leben im Dorfe zeigt. Dieser Gegensatz von Ideal und Realität ist wunderbar in dieser Szene dargestellt. Ich lese es Ihnen vor. Nun, sagte Rudolf, wissen Sie nicht, dass es Leute gibt, die in ewiger Unruhe leben. Sie verlangen Abwechslung, stille Träumerei und drauflos leben. Sie kennen die reinsten Leidenschaften und sehnen sich nach dem wildesten Genuss. Wer so ist, stürzt sich in alle möglichen Launen und Tollheiten. Emma sah ihn an, wie man einen Reisenden betrachtet, der in ganz außergewöhnlichen Ländern war und sagte, wir haben nicht einmal diese Zerstreuung, wir armen Frauen. Eine traurige Zerstreuung, wodurch noch keiner sein Glück gefunden hat. Kann man es überhaupt finden? fragte sie. Oh ja, eines Tages begegnet man ihm, antwortete er. Jetzt kommt die Stimme von unten vom Marktplatz. Und das wissen Sie alle selbst am besten, sagte der Rat. Sie, die Landwirte und Feldarbeiter, die friedlichen Vorkämpfer für die höchsten Güter der Zivilisation. Sie, die Männer des Fortschritts und der Moralität. Sie wissen am besten, sage ich, dass die politischen Stürme noch weit furchtbarer sind als die Erschütterungen der Luft. Eines Tages begegnet man ihm, wiederholte Rudolf. Eines Tages und plötzlich grad, wenn man an Verzweifeln ist. Da öffnet sich der Himmel und es ist, wie wenn eine Stimme riefe, da ist es. Sie fühlen das Bedürfnis, diesen Menschen zum Vertrauten ihres Lebens zu machen, ihm alles hinzugeben, ihm alles zu opfern. Man erklärt sich das nicht, man errät einander, man hat einander schon im Traum erblickt. Er sah sie an. Endlich hat man ihn da vor sich, hat man ihn, diesen Schatz, den man so lang gesucht hat. Er glänzt, er funkelt, noch hält man ihn für eine Täuschung, noch wagt man nicht an ihn zu glauben. Er blendet einen, als stiege man aus der Dunkelheit ins Licht. Rudolf begleitete seine Worte mit Gästen. Er bedeckte sein Gesicht mit der Hand wie jemand, dem es schwindelt. Dann ließ er sie auf Emmas Hand sinken. Sie zog sie zurück. Der Redner las noch immer. Und wer will sich darüber wundern, meine Herren? Nur der, der so blind ist. So verbohrt, ich scheue mich nicht, das Wort zu gebrauchen, so verbohrt in den Vorurteilen einer anderen Zeit, dass er noch immer nicht die Gesinnung der Landbevölkerung begreift. Wo findet man, frage ich sie ja, mehr Patriotismus als auf dem Lande, wo einen größeren Opfermut für das allgemeine Wohl, wo mehr Intelligenz mit einem Wort, ich meine nicht jene oberflächliche Intelligenz, meine Herren, worin sich eitle Müßiggänger zu behagen pflegen, nein, ich meine die tiefe und maßvolle Intelligenz, die sich nur auf Verständiges und Nützliches wirft und so zum Wohl des Einzelnen, zur Hebung des Ganzen und zur Erhaltung des Staates beiträgt, diese Art von Intelligenz geht aus der Achtung vor dem Gesetz und aus der Pflichterfüllung hervor. Und dieser Gegensatz der Welt, in der Emma lebt, von Pflichterfüllung, Moral, Gesetz und den Idealen, die ihr Rudolf vorgaukelt, diese Welt, an dieser Welt geht Emma zugrunde, sie lässt sich auf eine Liebesbeziehung mit Rudolf ein und das ist der erste Schritt in den Abgrund, den sie nach und nach vollziehen wird. Romantische Liebe, so wie sie sie erfährt, ist nur noch eine Illusion, widerspricht der harten Realität, ist nur noch ein Stoff für Romane. Gustav Flaubert hat auch formal diese neue Art, über romantische Liebe zu denken, wunderbar herausgearbeitet. Wie gesagt, er hat sehr lange gearbeitet an diesem Roman und er hat, dieser Roman hat auch sehr viele autobiografische Bezüge, das ist man nie müde geworden zu betonen. Vor allem zeichnet ihn ein neuer Erzählstil, den man den sogenannten Stil indirekt Libre nennt oder die erlebte Rede. Und das ist eine neue Haltung des Erzählers zum Erzählten. Der Erzähler ist ein allwissender, absoluter Erzähler, der das Geschehen, das er berichtet, in der dritten Person distanziert berichtet. Er weiß alles, er kennt das Innenleben aller Personen, aber er tritt selbst nicht in Erscheinung. Flaubert hat das einmal 1852 so formuliert. L'auteur dans son oeuvre doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout et visible null part. Der Auto muss in seinem Werk wie Gott sein, im Universum, präsent, überall präsent, aber nirgends sichtbar. Dieser absolute Erzähler nimmt nirgendwo Stellung. Er gibt keine Bewertungen ab, keine Moral ist aus ihm herauszuholen. Er hat eine große Freude am Detail. Die Details geben Aufschluss über die Personen. Er lenkt den Leser unmerklich, indem er eben auch die Sichtweise einer Person einnimmt. Er folgt ihnen, er beobachtet sie genau, er weiß Bescheid über sie, allwissend, aber ständig distanziert verschmilzt er mit den erzählten Personen, denen er sehr, sehr nahe folgt. Dieser neue Stil passt wunderbar in die Zeit, in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein absolut allwissender Erzähler, der, wie das Ding an sich verborgen ist, nicht mehr sichtbar ist, allwissend distanziert, sich aus allem heraushält. Madame Bovary ist nicht wirklich umsonst in die Liste der Welt Literatur aufgenommen worden. Von diesem Roman stammt auch dann ein Terminus ab, den man Bovarysen nennt und der eine Person meint mit exaltierter Einbildungskraft, die durch eine heimliche Romanlektüre verführt wird, die anfängt, die Realität zu verkennen, die die kitschige Romane lebt, die die romantische Liebe dieser Literatur, mit ihren Küssen, Ohnmachten, mit ihrem Herzschmerz liebt. Sie sich in einen Eskapismus flüchtet und schließlich eben auch tragisch enden muss, durch Suizid. Madame Bovary gehört in die Liste der Weltliteratur. Sie ist Ausdruck dieses neuen, sehr materialistischen Denkens der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der das Entwicklungsdenken sich zum Fortschrittsdenken gewandelt hat und in der man nun zwischen Ideal und Wirklichkeit zu unterscheiden beginnt. Diese Liebesgeschichte hat diese neue Unterscheidung wirklich auf den Punkt gebracht. Wirklichkeit